Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Plus Rabbids Kingdom Battle hier beim Donkey Kong Adventure. Im letzten Part ging es weiter oder eigentlich erst so richtig los hier mit der zweiten Welt an der Strandwelt hier vom Donkey Kong Adventure. Mit dem ersten und zweiten Kapitel, das wir damit schon abgeschlossen haben. Und da haben wir auch schon wieder eine komplett neue Gegnerart getroffen, nämlich dann die... Ich hab den Namen wieder vergessen. Die Sammler? Ne, nicht Sammler. Wie hießen die nochmal? Ich hab den Namen wieder vergessen, keine Ahnung. Auf jeden Fall eben diese quasi-Grobiane, die aber halt auch irgendwo hinfliehen wollten. Und die wir dann eben auch rechtzeitig besiegen mussten. Und mal gucken, was wir jetzt dann in diesem Part hier so alles erleben werden. Ich möchte ja erstmal diesen Geheimgang hier nutzen, weil ich nämlich da dann gleich erstmal mir neue Bananen holen kann. Okay, wenn ich da irgendwo anders dann hinkommen kann. Das sieht auch wieder ein bisschen komplizierter aus, der Aufbau hier. Ich geh erstmal die Reihe hier entlang, weil die sehr, sehr geheim wirkt. Aha, da komm ich dann nämlich hier zu diesem Ort hin. Und da finden wir eine neue Truhe mit einem weiteren Soundtrack, nämlich Riffliebe. So. Aber ich möchte dann auch noch gleich unbedingt zu dieser anderen Truhe da hinkommen, die ich da gerade schon gesehen habe. Und das geht eventuell auf diesem Weg. Ich will mal kurz gucken. Hier ist doch der richtige Weg, weil die Röhre genau zeigen ja auch die Pfeile darauf. Deswegen ist das hier immer noch Bonus. Und hier gibt es wieder ein paar Rätselchen zu lösen. Erstmal hier ein Schalter. Äh, okay, das ist ein komplett anderes Rätsel. Ich will vielleicht erstmal kurz nochmal diesen Weg entlang gehen, weil ich erstmal das Rätsel da hinten lösen will, bei dieser einen Truhe, die ich da gerade eben schon gesehen habe. Aber hier können wir uns anscheinend wieder ein paar mehr Sachen gleich holen. Das Puzzleteil hat gleich auch noch, aber ich kann mir erstmal was angucken. Ein Meisterwerk der Anmut. Nur mutet dieses Werk wenig meisterhaft an. Statt Ehrfurcht überkommt die Mitrachter das kalte Krausen. Okay, ja, ist irgendwie ein bisschen creepy, das stimmt. Wie er da die Kugel hält. Ich habe auch Angst, dass gleich die Muschel zuschnappt. Aber passiert anscheinend nicht. Aber er legt sie dafür ab. Okay. Auf jeden Fall kommen wir hier bei diesem Geheimgang hin zum Puzzleteil. Dumm, dumm, dumm. Jajaja. Und sieben von zwanzig Stück haben wir schon. So, jetzt dann hier eben das Rätsel, wo ich dann gleich da hinkommen kann. Ich muss dafür... Okay, einfach hier halt beide Schalter erwischen. Gelb und blau. Aber das sollten wir auch hinkriegen. Obwohl es gar nicht mehr so einfach ist, wie es aussieht. Also das sieht nicht so schwierig aus. Aber es ist nicht so einfach. Glaube ich. Ich will mal kurz am besten hier sowas machen. Dann kann ich schon mal den blauen wenigstens treffen. Für den gelben muss man gleich noch was überlegen. Hier so. Aber das sollte jetzt auch machbar sein. Hoffe ich mal. Ich werde jetzt dann diesen mittleren nicht mehr wirklich benutzen. Weil jetzt der schon steht. Okay, nämlich ganz einfach so. Richtig. Und zack. Okay. Gut. Und da gibt es ein weiteres 3D-Modell, nämlich von Hama Heiko. Okay, und dann wollen wir uns jetzt gleich noch das andere Rätsel angucken, was ich gerade auf der anderen Seite dort noch entdeckt habe. Was auch ein bisschen komplizierter aussah. Und sehr groß war. Was macht der Schalter? Der hebt und senkt Plattformen. Okay, und der? Auch wiederum. Aber bisher ist ja der Weg noch jetzt ziemlich linear, weil ich nämlich immer nur eine Möglichkeit habe, wo ich entlanglaufen kann, was ich jetzt dann tun könnte. Jetzt habe ich dann ein paar mehr Möglichkeiten. Oder so. Wenn ich jetzt gelb nochmal drücke, dann habe ich wenig davon. Wenn ich rot nochmal drücke, habe ich mehr davon. Weil ich nämlich dann hier oben entlang gehen kann. Aber gelb ist dafür jetzt im Weg. Wenn ich grün nochmal wegmache. Nee. Ähm. Moment. Das ist dann schon ein Problem. Weil ich brauche ja auch den gelben da draußen. Ah ne, okay, brauche ich nicht. Stimmt. Weil nämlich grün alleine reicht, um da rüber zu kommen. Okay, also gelb kann auch dann unten sein. Perfekt. Um dann hier rüber zu kommen. Ja. Sondern jetzt im Endeffekt möchte ich... Okay, möchte ich einfach alle gedrückt haben. Okay. Wenn ich jetzt gelb drücke, ist es aber... Nee, okay, das ist auch doof, weil gelb ist nämlich schon gedrückt. Also ich muss dann nochmal grün und nochmal rot drücken. Ähm. Ja, das geht aber. Glaube ich. Ähm. Ja, nee, ein bisschen doof ist es schon. Wenn ich zur Erste rot drücke, nochmal. Das ist halt doof. Aber wenn ich jetzt nämlich hier grün drücke, bin ich ja wieder in der Sackgasse. Da komme ich ja hier gar nicht mehr weg. Überhaupt. Jetzt würde ich halt da nach hinten hinkommen. Aber ich stehe eben hier leider falsch. Also ich muss mir noch irgendwie einen anderen Rückweg bereiten. Okay. Ich glaube, ich muss erstmal wieder mit Gelb kurz was kaputt machen. So ein bisschen. Und mir erstmal den Gelb hier holen, dass ich dann gleich hier noch einen Rückweg wieder habe. Genau. Auch wenn grün unten ist. Und jetzt dann einfach von hier aus nochmal gelb drücken und dann haben wir es. Okay. Puh. Auch nicht einfach, aber auch wieder ein ziemlich gutes Rätsel. Und ein weiterer Soundtrack, nämlich Zoff im Riff. Okay. So. Und dann haben wir hier erstmal wieder alle Rätsel-Einlagen gelöst, würde ich mal schätzen. Weswegen wir jetzt dann auch wieder den richtigen Weg entlang gehen können. Sprich hier. Und kriegen wir da ein geschenktes Puzzleteil übrigens? Äh. Nein. Muss dann noch irgendeinen anderen Weg finden. Okay. Aber hier geht es weiter. Aber auf diesem Weg dann gleich komme ich hoffentlich zu dem Puzzleteil, das wir da gerade noch sehen konnten. Aber es sieht ganz danach aus. Wenn ich dann die Räule gleich da hinführe. Ja, so ist es. Dumm, dumm, dumm. Yay. Gut. Und dann da vorne, habe ich schon gesehen, kann man dann gleich das nächste Kapitel, dann eben das dritte starten. Mit dann wieder mal einem weiteren Kämpfchen. Und da fangen wir doch auch gleich an. Oh yeah. Hol die Waschmaschinenteile zurück. Okay, jetzt haben wir übrigens dann auch schon die Wächter oder wie diese Klasse... Oder hieß sie... Nee, nicht Wächter, Verteidiger oder sowas. Mit den Schilden auf jeden Fall. Die es ziemlich drauf haben, wie ich finde. So, Verteidiger, genau. Besonders bösartiges Bollwerk. Wunderschöne Alliteration. Diesmal haben die Sammler ihre großen Brüder mitgebracht. Die Verteidiger groß, böse und geschützt. Ein kleiner Tipp. Ihr müsst die Verteidiger umgehen, damit eure Angriffe nicht von ihren Schilden abgewehrt werden. Genau, seitlich oder von hinten angreifen. Jetzt mal kurz wieder die Taktikkamera mir angucken. Also, ich will mal kurz gucken, wo die Sammler sind. Hier ist ein Sammler. Und hier hinten. Und... Du bist auch einer. Und dann... Okay, das waren alle. Also, es ist dann hier auch asymmetrisch angeordnet, weil links nämlich zwei von denen sind, aber rechts nur einer, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, links ist dann ein bisschen wichtiger. Aber rechts natürlich auch wichtig, weil ich natürlich dann den einen Sammler da auch brauche, logischerweise. Okay. Möchte ich in die Kampfzentrale gehen und da jetzt auch schon Sachen verteilen? Ich werde es mal noch aufheben und dann aber nach dem Kampf vielleicht machen, weil ich dann wieder da einiges habe. Aber ich werde da mal ein bisschen mehr auf einmal da machen. Deswegen werde ich jetzt dann gleich erstmal kämpfen. Okay. Wird schon. Obwohl ich mir jetzt echt ein bisschen Sorgen mache um die Verteidiger, weil die haben es schon echt drauf. Die haben ja auch schon im Hauptabenteuer immer einige Probleme bereitet. Aber werden wir jetzt dann schon hinkriegen. So, ich könnte mit DK erstmal hier auch wieder relativ weit laufen. Ich will da eigentlich schon eher auf der linken Seite bleiben, weil ich halt dort gleich zwei von denen habe. Von den blöden Sammlern da. Ist es sinnvoll, die Röhre zu benutzen? Ich glaube, es ist sinnvoll, die andere zu benutzen tatsächlich. Und dann das hier zu benutzen, weil ich nämlich dann hier sogar ein bisschen weiterlaufen kann, oder? Ich kann nämlich bis hier mich sogar hinstellen. Genau. Und da könnte ich eben Cranky hier so reinwerfen, dass er dann sowohl den Sammler als auch den Verteidiger gleich treffen kann. Und dann habe ich wieder die schöne Taktik, dass er dann halt gleich nochmal davon wegspringen kann von DK. Obwohl es ein bisschen doof ist, weil nämlich DK selber von hier aus weder den Verteidiger noch den Sammler treffen kann. Aber andererseits kann ich ja dann einfach mit DK dann gleich halt das hier, das war jetzt schlecht von mir übrigens, den Magnet-Groove halt einsetzen. Und dann damit die beiden herlocken und dann die beiden schon angreifen. Deswegen, das ist dann glaube ich schon gut, das zu machen. Und deswegen tue ich das dann auch so. Mal kurz überlegen, aber ich glaube, ich mache das so. Ja. Okay. Und dann eben Cranky möchte ich dann einfach hier so reinwerfen, dass halt beide trifft, aber DK nicht. Sprich dann so. Genau. Und los. Gut. Dann gucken wir mal, wie wir uns dann hier in der Schlacht zu anstellen werden. Also im ersten Zug werden wir es natürlich nicht schaffen, gleich alle von den Sammler zu besiegen. Im zweiten wird es auch schwierig werden, aber spätestens im dritten werden wir hier schon wieder fertig werden, denke ich jetzt mal. Da wir ja an sich nur drei Gegner besiegen müssen. Mal gucken. So. Jetzt die Frage, was ist jetzt sinnvoller? Zuerst mit DK das hier einsetzen und dann eben danach gleich den Bodenkracher zu machen oder zuerst nochmal mit Cranky zu springen? Ich wäre sogar eher zuerst für den Bodenkracher und eben dafür die herzulocken, weil die nämlich vielleicht dann eh schon sterben, weil ich nämlich damit Cranky noch andere Dinge anstellen könnte. Dann eben schon mal versuchen, zu dem irgendwie auch hinzukommen oder sowas. Deswegen, ja, dann macht das DK mal zuerst, tatsächlich, dass er dann mal hier den Magnet-Groove einsetzen wird. Ja. Und bitte alle herkommen. Yay. Sehr schön. Genau. Und übrigens, das habe ich mittlerweile auch, glaube ich, herausgefunden, der Magnet-Groove, oder nicht Magnet-Groove, der Bodenkracher. Ich glaube, der umgeht sogar auch sämtliche Barrikaden irgendwie. Und deswegen auch von den Verteidigern. Also, oder mit anderen Worten. Wenn jetzt noch ein Gegner zum Beispiel hier stehen würde, hinter dieser Barrikade, dann könnte ich den damit trotzdem auch treffen. Also, der Bodenkracher umgeht wirklich sämtliche Barrikaden, die irgendwie im Weg stehen oder eben auch die Schilde von den Verteidigern. Deswegen kann ich dann damit wirklich immer schön abgehen. So. Okay, wir sehen jetzt, dass ich jetzt den einen Sammler nicht besiegen kann. Aber auch wenn der jetzt dann irgendwo hinfliegt, das wäre okay, weil ich eben den anderen schon mal sehr viel Schaden machen kann. Deswegen, das passt schon. Also, ich werde angreifen. Ja. Und kritisch. Nice. Okay, jetzt hat sogar übrigens auch Decay selber weggebounced. Interessant, weil ich nämlich da auch neben dieser Kiste da stand. Kann ich zwar von ihm wegspringen eigentlich? Ah, kann ich gar nicht mehr. Das ist natürlich dumm. Ähm, okay, aber so schlimm ist es nicht, weil ich nämlich den eh einfach besiegen kann. Okay. Und das will ich schon mal ganz gerne mitnehmen. So, ich kann mich dann schon mal zu dem aber hinstellen und dann den schon mal ordentlich angreifen. Den Typen hier. Und das mache ich dann auch gleich mal. Ähm, ich will noch gucken vielleicht, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich jetzt ihn hier in die Nähe stellen sollte von Decay dann auch gleich. Nicht, wenn wir dann schon ihn weiter nach vorne stellen, dass dann Cranky auch gleich das schön angreifen kann. Ähm, ich muss da jetzt auch nicht auf so sehr meine Deckung achten, weil hier auf der Seite sind ja jetzt eh schon alle Gegner besiegt quasi. Deswegen stellen wir dann hier hin, die guten Cranky. Ähm, ja, machen wir das? Ja. So, du stirbst. Sehr gut. Und ich werde auch zuerst auch schnell etwas anderes einsetzen, nämlich dann noch hier den bösen Blick, weil der sich dann gleich auch bewegen wird. Ganz ruhig, ich bleibe Cranky, alles wird gut. Und dann können wir hier gleich dann den doppelt angreifen. Sehr schön. So, er will abhauen. Aber, kriegt gleich nochmal ordentlich eins auf die Mütze. Kaboom und kritisch sogar. Nice. Und auch der hat schon sehr viel Schaden genommen. Okay, lief doch schon mal super, wie ich finde. Und wir haben auch den Zug von Rabbit Peach. Ähm, okay, aber der kommt zu keiner Röhre, ah nee, zu der Röhre kommt sie hin. Okay, gut. Dann kann sie doch noch ein bisschen was machen. Ähm, kannst du mal hier Raserei ansetzen. Dann hier in die Röhre reingehen. Und sie könnte gleich den Sammler hier auch besiegen mit dem Wächter. Ähm, ansonsten mit normalen Waffen nicht, weil er eben den Schutz da hat. Ähm, Wichter hat gleich mit ihr den Wächter einsetzt. Ich will mal kurz gucken, der kann auch nicht so weit laufen, der Verteidiger, ne? Ah nee, okay, der kann sogar bis hier hin laufen und sie dann sogar hier angreifen. Echt, wird's? Das ist doch auch ein bisschen fies. Ähm, aber ich werde das mal in Kauf nehmen, würde ich sagen. Ich will mal kurz gucken, kommt denn Dieke eigentlich hier zu dem Feld hin? Kommt er. Deswegen kann er auch hier rüber wechseln und dann auch gleich noch mit Rabbit Peach irgendwie interagieren. Okay, dann werde ich mal schon sie dann hier hinstellen einfach. Ähm, ja, machen wir. Und dann eben gleich kann ich mit dem Wächter dann gleich den einen Sammler da, oder halt den Zweiten dann gleich da rausnehmen. So, ansonsten habe ich nämlich eh keine so wirklich sinnvollen Möglichkeiten. Ich mache das deswegen dann noch gleich. Ähm, ich kann da dann nicht zugleich auch noch den, den Verteidiger treffen, aber ist schon okay, weil ich dann mich wirklich auch eher auf den konzentrieren will. Okay, und stür. So, läuft doch schon mal ziemlich gut, wie ich finde. Zwei von denen sind schon tot und nur noch einer fehlt. Und, äh, Schild wieder. Ja, weil ich dann gleich mit ihr wahrscheinlich angegriffen werde. Okay. Dann dürfen die Gegner. Du holst dir das wieder. Und hast gleich zwei. Ja, und bleibst da hinten. So, du gehst. Ich werde mal kurz vorspulen. Jetzt kriegt dann, wie gesagt, Grabby Peach hier ein bisschen was ab, glaube ich. Ja. Aber sie hat auch den Schild und wird sie dann gleich heilen können. Deswegen, das geht schon alles in Ordnung. Hoffe ich mal. So. Genau, der Verteidiger, der kann ja auch so eine Verteidigung da eben noch einsetzen. Und der kann zu Cranky sogar rüberkommen, habe ich gar nicht gedacht. Und Honig. Ja, ist nicht so toll. Ähm, das war einem deswegen nicht toll, weil nämlich keiner zu Cranky hinkommen kann, glaube ich, um ihn jetzt zu befreien. Deswegen, Cranky muss dann jetzt mit dem Honigeffekt leider leben. Und da kommt der Dicke irgendwie hin. Hier so ganz tricky. Äh, nee, ich wüsste auf jeden Fall nicht wie. Deswegen, Cranky muss dann hier leider so verweilen und kann nur auf den Verteidiger gehen. Was ärgerlich ist, weil ich im besten Fall ja eigentlich auch gleich den Sammler jetzt hier in der Runde besiegen will. Obwohl der jetzt eh geschützt wird vom Verteidiger. Also ja, wir werden da noch ziemlich sicher auch eine dritte Runde brauchen. Das schaffen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Aber gucken wir einfach mal. So, ähm, Rabbit Peach wird gleich eventuell ein bisschen Schaden nehmen hier. Ähm, aber das ist okay. Wenn ich dann gleich halt von denen angriffen werde, das passt schon. Und ich werde dann mal sie vielleicht hier so hinstellen, dass sie dann von hier aus gleich den Sammler da eben treffen kann. Ähm, ich muss auch noch mal kurz überlegen. Also Dicke kann dann eben hier so entlang gehen und kann auch gleich halt seinen Bananenbummerang auf den Typen auf jeden Fall einsetzen und dann auch da viel Schaden machen. Und wie gesagt, Cranky muss eben leider halt nur auf den gehen. Aber das ist schon okay. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass ich jetzt dann gleich keinen kritischen Schaden hier leide und dann ich wegbauen zu oder sowas. Das wäre ansonsten doof, aber passt alles gut. So, der stirbt jetzt, glaube ich, sogar der eine da. Genau, der hinten ist weg. Gut. Und dann greifst du einfach mal den Sammler an. Obwohl ich vielleicht zuerst mit Cranky gleich angreifen will, weil vielleicht kann's Cranky ja schaffen, den zu töten. Aber nee, kann er nicht. Leider, schade. Das wäre cool, weil ich nämlich dann, weil nämlich dann noch der Verteidiger-Bonus weggehen würde. Aber tut er dann so leider nicht. Aber ich würde mal trotzdem den Angriff einfach machen, würde ich sagen, weil er kann eh nichts anderes machen, der Cranky. Ich mach's mal ab. Hab' arm. So. Und ich kann sogar das hier machen. Das wäre auch gut, weil der ansonsten dann Cranky wieder nerven wird wahrscheinlich. Deswegen werde ich das dann einsetzen auf die Labertasche hier. Ja. So, sehr schön. Ist eigentlich so, dass jetzt dann auch Spezialeffekte da übrigens weggehen? Ach, siehste mal. Das neutralisiert auch Spezialeffekte, die gerade wirken. Weil jetzt nämlich dann der hier auch keinen Verteidigungs-Bus mehr hat. Durch den Verteidiger. Nice. Okay. Dann ist sogar die Labertasche noch mächtiger, als ich eh schon dachte. Also wie gesagt, die Labertasche, die hat's echt ziemlich drauf. So. Ich möchte sogar, glaube ich, DK zuerst bewegen, weil ich dann mit ihm natürlich auch gleich wieder den Blick einsetzen will. Ja, und ich kann da sogar auch noch dann hier einen Block auf den draufschmeißen für noch ein bisschen mehr Schaben. Ich nehme mal den hier. Ich werde mich dann selber hier verstecken. Ja, und den dann mal draufwerfen. Wodurch er ja nicht abhauen wird, weil es ja Schaden während der Bewegung ist. Deswegen da haut er nicht ab. Ja. Ja, vielleicht kann ich's doch schaffen, den jetzt schon zu besiegen. Aber ich meine, ich muss ja auch noch andererseits die Teile auch noch einsammeln. Und das kann ich nicht in der Runde schaffen. Also ich werde dann schon die dritte auch noch brauchen. Okay. Dann werden wir zuerst mit ihm wieder den schrägen Blick einsetzen. Sehr gut. Und dann gleich hier mit der Waffe hier mit der Banane ordentlich draufhauen. Ja. Bam. Und dann gleich noch mal. Yeah. So, und jetzt kann ich natürlich mit Rebel Peach nicht mehr angreifen. Das wäre dann vielleicht doch sinnvoller gewesen, mit Rebel Peach erst dann nachzuziehen, weil sie jetzt eben dann den Typen nicht mehr treffen kann. Weil sie kann wenigstens noch den hier rausnehmen. Und das passt ja auch. Okay. Jetzt dann gleich muss ich halt echt gucken, dass ich jetzt dann in der nächsten Runde unbedingt den Sammler da besiege. Und Heilung wäre auch nicht verkehrt. Machen wir auch gleich. Ja. Cranky ist ja auch in keiner Gefahr, weil der Verteidiger ja auch gerade schläft. So, du mit deinen 2 KP. Mann, ey, gehst da so hin und es kommen Feinde neu, aber die sind mir ziemlich egal, weil ich ja eh vorhabe, dass ich dann gleich gewonnen habe. So, ich will hoffen, dass mir jetzt das dann auch gleich gelingt. So. Ähm, wie kann ich jetzt sicherstellen, dass ich jetzt dann gleich gewinne? Ich muss mir jetzt ein bisschen was überlegen, weil ich muss eben, wie gesagt, den Typen einerseits besiegen und dann auch zugleich noch die Teile einsammeln. Und das ist geil mal so einfach, glaube ich, das hinzukriegen. Und ich muss mir da jetzt kurz was überlegen. Kommt denn der mit Peach eigentlich hin zu ihm? Ne, kommt doch die zur Röhre nicht hin, leider. Ähm. Und wie gesagt, das ist ein bisschen mein Problem aktuell, weil ich kann den zwar relativ leicht töten, aber danach noch die Sachen einzusammeln. Ja, ne, das ist auch kein Problem, das ist auch kein Problem, stimmt, genau. Machen wir es nämlich so, dass ich einfach dann hier Rabbit Peach mitnehme. Ja. Und ich muss mir das eigentlich keine Sorgen machen, weil das ist jetzt dann sehr einfach alles. Und dann will ich sie einfach hier so hinstellen. Oder hinwerfen. Dann angreifen. Und sie davon auch selber dann ziehen. Und dann wird sie in ihrem Zug die Teile halt einsammeln. Und das war's dann. Dürfte passen. Ja, machen wir so. So. Und dann schön weiter Wurf. Ui. Gut, dann. Wird Rabbit Peach den Typen hier töten. Ja. Und Tschüss. Und dann noch gleich noch die Sachen einsammeln. Die landen ja auch glücklicherweise immer halbwegs in der Nähe. So, dass wir dann auch die wirklich noch kriegen können. So. Nummer 1 und Nummer 2. Und das dürfte eh passen. Yay. Sehr schön. Das lief doch auch wieder ziemlich gut. Und wir haben sogar sechs Runden Zeit gehabt. Das war dann doch auch wieder ein bisschen einfacher. Im letzten Part hatten wir ja dann doch ein bisschen schwierige Missionen. Weil dort habe ich ja glaube ich im letzten Part auch beide Missionen, also das erste und das zweite Kapitel, in drei Runden abgeschlossen. Aber da war die Mindestanforderung bei vier Runden. Und jetzt war es dann hier wieder ein bisschen leichter mit dann sechs insgesamt. Dann haben wir in der Hälfte der Zeit geschafft. Also war dann wirklich kein Problem. Okay. So, hier geht es dann weiter. Und das scheint ja auch okay, da hinten sind noch ein paar Bananen. Ich hole die mal auch schnell. So viel Zeit muss dann noch sein für weitere Bananen. So. Und her mit den allen. Gut. Aber dann gleich geht es eben da oben bei diesem Weg weiter. Genau. Mal gucken, was dann da so kommen wird. Vielleicht gleich der nächste Kampf oder dann wieder ein paar Rätselpassagen zwischendurch. Das ist ja wirklich halt das Wunderbare an dem Spiel, dass eben einerseits die Kämpfe sehr viel Spaß machen, aber das auch halt das Erkunden auf der Oberwelt und die Rätsel halt echt auch mega cool sind, wie ich finde. Sie tun alles, um an die Nachricht zu gelangen. Wie enttäuscht müssen sie sein, wenn sie herausfinden, dass es nur Pizzagutscheine sind. Ja, aber sie kommen da anscheinend eh nicht hin. Deswegen, das wird wahrscheinlich eh nichts mehr in dem Leben, schätze ich mal. Aber das Wetter wird irgendwie immer schlechter, habe ich den Eindruck. Weil es regnet immer noch und jetzt wird es auch ein bisschen dunkler dann schon. Was ist das hier? Okay, wieder ein ziemlich großes Rätsel. Also vielleicht haben wir in jeder Welt irgendwie ein so sehr, sehr großes Rätsel, das wir dann lösen müssen. Weil da hatten wir in der ersten Welt auch eins mit diesen Zeichen, die wir entweder ausführen oder halt das Gegenteil davon machen mussten. Noch ein verschlossenes Tor. Aber hey, seht euch diese Korallenorgel an. Dann möchte man doch in die Tasten hauen, oder? Wenn man diesen Knopf drückt, spielt das Klavier automagisch. Cool, aber was nützt uns das? Oh, lass mich raten. Ich muss dann gleich das nachspielen. Stimmt's? Das kennt man auch aus ganz vielen anderen Videospielen. Mal gucken. Und hier ist wieder so ein Bonusfass. Aber da komme ich aktuell nicht hin. Da ist irgendwie so ein Bananensymbol im Weg. Ich muss vielleicht erst das Rätsel hier lösen. Und erst dann komme ich da eventuell hin. Und weiter geht es dann hier auf der rechten Seite bei diesem Anglerfisch-Skelet oder sowas aber oben mit einer Bananenstaude. Auch sehr interessant. Und das hängt mit dem Rätsel zusammen. Das war schon zu erwarten. Noch ein Verschraub. Okay, das hält er wieder. Äh, ist mir schon klar. Okay. Ähm, ja, dann probieren wir es noch mal. Wie gesagt, ich prophezeie, dass ich jetzt dann gleich hier die Sachen nachspielen muss. Mal gucken. Ja, das dachte ich mir schon. Okay. Und dann noch den hier. Aber es wird bestimmt vielleicht noch schwieriger. Werden wir jetzt dann vier oder auch fünf Stück. Und ich bin ja in so Merkspielen jetzt nicht so der Allerbeste. Mein Gedächtnis ist jetzt nicht so das Allertollste. Wie ihr vielleicht wisst, aber mal gucken. Okay, aber ist noch ziemlich einfach. So. Yay. Und dann noch ein letztes Mal anscheinend, weil da auf der rechten Seite nur drei Fackeln sind. Also haben wir es dann gleich schon eventuell geschafft. Mal schauen. Oh Gott, nee. Auf keinen Fall. Das, nee, das kriege ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, dann hier ganz außen. Dann war es das. Ja, und jetzt weiß ich schon nicht mehr. Was ist der hier? Grün kam auch noch vor. Ne, das war ein Fehler jetzt, oder? Das ist ein Fehler. Ich glaube, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, okay. Das war jetzt dann doch zu viel. Ich habe erwartet, dass es fünf sein würden. Das war jetzt wahrscheinlich sieben oder acht. Und das war jetzt dann doch ein bisschen überraschend für mich nochmal. Ist das derselbe oder ein anderer Code? Der selber anscheinend. Okay, Grün kam doch gar nicht vor. Alles klar. So, jetzt aber. So, dann außen. Das habe ich noch alles richtig gemacht. Setz nochmal der. Und dann der hier. Okay. Beim zweiten Mal bin ich eigentlich dann doch ganz zufrieden damit. Ah, übrigens. Düm, düm, düm. Düm, düm, düm. Habe ich gleich gemerkt. Aber coole Musik. Yay. Das Tor ist auf. Und da ist ein geheimer Bananenknopf erschienen. Na los, lass deinen Zauber auf die Tasten wirken. Achso, ich muss nochmal eine schwierige Variante machen, um dann zum Bonus-Fass hinzukommen, oder? Ich sehe schon. Okay. Ne, auf keinen Fall. Also rot, rot. Und dann ging das hier so ein bisschen einfach entlang. Aber das muss ich mir auf jeden Fall zweimal angucken. Der hat, glaube ich, sogar auch noch, oder? Ja. Aber jetzt geht es dann, glaube ich, zurück irgendwie zu dem hier, oder so. Ne, falsch. Aber irgendwie so in der Art war das. Okay, nochmal. Jetzt dann genau hingucken. Den Anfang hatten wir schon gemerkt, aber das Ende muss man dann noch genauer hinkriegen. Mal genau hinschauen und hinhören. Ähm, okay. Den zweimal. Den zweimal. Das hier so entlang. Den doppelt. Dann der äußere. Nochmal den. Und jetzt einen überspringen und den hier. Nice. Okay, bin ich auch dann zufrieden damit, weil das beim ersten Mal zu schaffen ist sehr schwer. Okay, cool. Ist sehr schwer. Äh, aber im zweiten bin ich dann eigentlich doch ganz zufrieden damit, wie gesagt. Okay. Gut, dann ein Bonusminispiel. Mal gucken, was uns da so erwarten wird. Das andere, das wir schon hier gespielt haben, habe ich ja nicht beim ersten Mal geschafft. Und das, das sehe ich schon. Das werde ich auch auf gar keinen Fall beim ersten Mal schaffen. Das ist viel zu kompliziert. Aber dann eben auch beim zweiten Mal eventuell. Ich weiß auch noch aktuell gar nicht, was ich mit den ganzen Pfeilen da überhaupt dann machen kann. Deswegen jetzt das erste Mal wird wirklich erstmal dann zum Angucken sein. Vierundvierzig Sekunden habe ich. Okay. Aber wenigstens ist die Musik wieder cool. Ne, muss ich hier nach unten oder wie? Mal kurz. Ne, kann ich ja gar nicht. Oder muss ich am Anfang nach unten? Achso, ne, ne. Okay, jetzt verstehe ich es erstmal. Oh, das ist echt komisch. Erst beim ersten Mal kann man das ja gar nicht hinkriegen. Ich muss den gelben nach unten und jetzt dann hier mit dem blauen nach unten. Ja, okay. Sondern hier, äh, äh, rot, ja vielleicht. Oh, das wäre ich jetzt mal zweitmalig hinkriegen. Oh, was ist das denn? Dann, what? Ist das auch kompliziert? Dann rot. Äh, ach du heilige Scheiße. Okay, das ist super kompliziert. Eieieieiei. Okay. Ja, das, wie gesagt, werde ich beim zweiten Mal, glaube ich, auch nicht schaffen, weil ich da jetzt noch gar keine Vorstellung habe, wie jetzt da der richtige Weg ist. Ich werde da, das dann frühestens erst beim dritten Mal schaffen, schätze ich mal. Vielleicht erst beim vierten Mal, weil das ist echt sehr kompliziert. Also, letztendlich will ich ja, da, boah, das ist ultra kompliziert. Das ist ultra kompliziert. Okay, ich meine, am Anfang habe ich jetzt verstanden, aber halt nur die ersten zwei, drei Schritte von irgendwie zehn Schritten, die man machen muss, oder sowas, keine Ahnung. Sag, geht nach unten und dann zurück und dann nach unten. So. Was ich denn jetzt hier zum Beispiel machen? Ist es klug grün nach oben oder in die grün kann ich das so rüberbringen? Ist es klug? Ich weiß nicht, wo grün da am besten. Ja, nee, ist aber schon besser, glaube ich. Ja, genau, ist besser, stimmt. Weil ich mich jetzt dann gleich zum Schalter hinkommen kann zum nächsten, glaube ich. Richtig? Genau, ich hier zum Blauen. Dann komme ich hier nach oben. Na, schon mal ganz gut bisher. Dann kann ich das hier verschieben. Okay, dann kann ich das automatisch nach unten. Und jetzt muss ich mal kurz gelb aktivieren. Wenn das geht, hier unten vielleicht irgendwie. Schnell. Okay, ja, ist es. Ja, das können wir doch schaffen. Okay, doch beim zweiten Mal. Nice. Yay. Selfie wieder. Und eine neue Waffe. Und zwar Zwischenboss zum Mürbur. Sind Zwischenbosse zu harte Brocken? Schütte sie ordentlich durch mit diesem Bodenkracher, der sie garantiert butterweich klopfen wird. Okay, wieder dann effektiv gegen die Zwischenbosse. Alles klar. Und dann eben für Decay mit dem Bodenkracher. Okay. Werde ich mir dann auch genauer angucken. Aber ich werde dann schon auch wieder hauptsächlich eigentlich auf dann den Spezialeffekt achten. Oder halt auf die Statusveränderung. Da mir halt das sogar eigentlich ein bisschen wichtiger ist, als gegen welche Klasse von Gegnern das effizient ist. Oder halt effektiv ist. Vor allem Zwischenbosse kommen ja jetzt eh nicht so wirklich häufig vor, ne? Muss man sagen. Natürlich ist es dann gegen die auch besonders gut, weil die eben halt auch meistens relativ stark sind. Aber die kommen halt nicht wirklich häufig vor. Und ich meine, zugegeben, der Hammerheiko war jetzt auch nicht so der allerstärkste Gegner. Den haben wir ja auch sehr, sehr leicht besiegen können. Ohne Probleme. Deswegen möchte ich mir dann da genau überlegen, ob ich dann das benutzen will oder nicht. Mal gucken. So, es gibt hier noch ein bisschen mehr. Ich kann mich hier übrigens was angucken. Okay. Erst ein, was man denkt, Backside 270, Noseblunt und dann in den Switchflip-Alter. Gibt alles. Okay, das sind irgendwelche Skateboard-Tricks dann, die Namen von denen. Aber ich hab von Skateboard keine Ahnung. So ungefähr. Aber es sind anscheinend die Namen von irgendwelchen coolen Tricks dann. Okay. Hier geht's entlang. Aber das hier ist Bonus. Deswegen gehen wir erstmal hier entlang. Denn wir haben hier ein weiteres Rätsel. Also hier dann auch wieder viele Rätsel in diesem Part hier. Aber wie gesagt, ich finde die Rätsel auch mega cool. Deswegen, ich hab da noch nichts dagegen. So, da ist die Truhe. Was will ich denn für die Truhe eigentlich machen? Ich will halt wahrscheinlich irgendwelche Schalter drücken. Ich weiß noch nicht welche. Weil dafür nehme ich keine Plattformen. Also ich kann im Wasser keine Plattformen erkennen, die da hinführen. Irgendwie. Ich werde erstmal ein bisschen was einfach hin und her verschieben. Achso, hier ist einer. Achso, okay. Okay, es sind Bodenschalter. Und hier ist noch der andere. Okay. Und da muss ich auch noch einen draufbringen. Und dann haben wir es schon. Das ist alles. Aber ganz so einfach ist halt dann doch nicht. Ich kann vor allem auch die Schalter nur dann drücken, wenn ich die hier in die richtigen Positionen bringe. Oder wie? Ach du Heilige. Weil hier kann ich jetzt nämlich gleich den gelben drücken zum Beispiel und dann hier sowas machen. Ja. Ja, mach mal kurz wieder rot weg. Weil das ist nämlich schon ganz gut, dass hier jetzt dann diese beiden Blöcke da sind. Glaube ich. Wenn ich nämlich jetzt, dann... Ja, doch passt schon. Ich kann ja dich einfach oben rum bewegen. Vielleicht. Und hier so. Und einmal im Kreis. Ja. Ja, das passt noch nicht ganz. Beziehungsweise doch, das passt schon. Weil ich nämlich jetzt dann erstmal dich da hinschieben will. Aber jetzt muss ich den Schalter nochmal drücken, dass ich dann den Block da oben jetzt dann nach rechts schieben kann. Das kann ich ja aktuell nicht, weil eben dort die gelben Blöcke im Weg sind. Aber jetzt sind sie nicht mehr im Weg. Und jetzt kann ich dann dich hier rüber bringen. Ja. Und jetzt muss ich dann auch den anderen Block hier einfach genauso bewegen, wie den halt gerade eben. Und das kann ich ja ganz einfach schaffen. Nämlich einfach nach oben und dann nach rechts. Und das war's dann. So. Ja. Und dann hab ich halt... Ja, das war's noch nicht. Weil ich hab halt jetzt dann erstmal auf diesem Schalter hier einen, was schon mal gut ist. Ich muss jetzt auf den anderen Schalter auch noch eher einbringen. Aber das dürfte einfacher werden. Denn ich muss jetzt nochmal ganz kurz den gelben erneut drücken. Das kann ich aber jetzt auch schaffen. So. Und jetzt kann ich dann einfach diesen hier nach oben und nach rechts bringen und dann haben wir's. Weil der ist ja ganz in der Ecke, der andere. Genau. Und das dürfte es, glaube ich, sein. Ja. Yay. Aber auch wieder mal das Rätsel sehr schön. Und wir kriegen ein Artwork, nämlich Noten in Nöten. Ah, das hab ich gar nicht gesehen übrigens gerade. Hier noch ein Puzzleteil. Yay. Ich hoffe auch, dass ich da bisher noch keins verpasst hab, weil die ja schon so halbwegs gut versteckt sind. Aber ich mein, so mega gut sind die jetzt nicht versteckt. Die kann man eigentlich schon immer ganz gut erkennen, wie ich finde. Und deswegen, ich hoffe echt, dass ich da bisher keins verpasst habe. So. Und hier haben wir dann den nächsten Kampf, Kapitel 4. Alles klar. Was übrigens wieder ein bisschen anders aussieht. Deswegen haben wir dann hier wieder einen Zwischenbosskampf, oder wie? Schon. Ja, sieht wieder ein bisschen anders aus eben hier. Deswegen, das könnte es sogar sein. Ich will jetzt mal mir noch ganz kurz mich ein bisschen skillen, dass wir dann am Anfang des nächsten Parts dann da richtig abgehen können. So, drei Runen haben wir ja für jeden. Ähm, erstmal Decay. Was macht denn er? Nochmal den Wurfradius erhöhen. Wäre ja nicht schlecht, weil ich ja das wirklich ständig benutze bei ihm. Und halt jetzt hier den Schaden zu erhöhen bringt nicht so viel bei mir, weil ich das ja hauptsächlich mit Cranky benutze. Ich hab's ja jetzt ab und zu auch schon mal Gegner oder auch andere Sachen geworfen. Aber hauptsächlich benutze ich dafür Cranky. Deswegen würde es dann gar nicht so sehr sich rentieren. Aber ich würde ganz gerne mal wollen, dass er weiter laufen kann, ehrlich gesagt. Das wäre auch nützlich. Deswegen, ich mach auf jeden Fall halt das hier. Weil eben Bewegung auch wirklich enorm wichtig ist hier in dem Spiel. Ja. Und da hab ich eh schon nur noch eine Rune, für die ich dann noch hier den Groove-Radius erhöhen könnte, was nicht so schlecht wäre, wie ich finde. Das hab ich ja eh schon, genau. Ähm, hier Hostess-Bundus fand ich noch nie so gut. Deswegen, ich lass das mal. Aber ich könnte mir auch die Rune einfach aufheben für was Besseres, weil, ich mein, Groove-Radius von sieben Feldern, das bringt mir auch gar nicht so viel. Weil, wenn ein Gegner sieben Felder von mir weg ist und ich setze dann mit dieser neuen Fähigkeit hier, äh, dann den Magnet-Groove ein, dann würde er, glaube ich, sowieso nicht ganz so dick hergelaufen kommen. Weil es ist nicht so, dass dann alle, also war es zumindest im Hauptabenteuer bei ähnlichen Fähigkeiten nicht so, dass da alle Gegner dann direkt zu dem Charakter hergelaufen kommen. Sondern es ist so, dass hier halt dann so ungefähr irgendwie vier oder fünf Felder vielleicht in die Richtung gelaufen kommen. Aber wenn ein Gegner zu weit weg sein sollte, eben hier sieben Felder eben ganz am Rand, oder auch dann acht Felder, wenn ich's nochmal erhöhe, dann wird der wahrscheinlich, wenn's genauso funktioniert hier, nicht ganz zu DK hergelaufen kommen, sondern dann eben nur vier Felder zu ihm herlaufen, ne? Und dann hab ich ja gar nicht so viel davon. Versteht ihr? Deswegen, wenn es hier genauso funktioniert, dann will ich's mal sein lassen und mir dann die Rune noch für andere Sachen aufheben. So. Rabbit Peach. Ähm, ja, Raserei ist irgendwie Quatsch, weil ich hab's bisher, glaube ich, noch kein einziges Mal geschafft, überhaupt mal drei Gegner zu erwischen. Deswegen, das lass ich dann mal. Aber den Schaden zu erhöhen, das wär ziemlich gut, weil sie mit Raserei halt dann schon mal ziemlich abgehen kann. Obwohl ich bei ihr eigentlich auch ganz gerne, äh, halt skillen wollen würde, dass sie weiterlaufen kann, ehrlich gesagt. Das wär auch sehr, sehr nützlich, finde ich. Und das ist auch wichtiger als die Raserei. Ich mach das mal, ja. Und dann könnte ich jetzt noch, äh, KP erhöhen, oder auch hier dann Schild, den besser machen. Oder auch die Sprungweite. Ähm, aber ich glaub, ich werd mir bei ihr auch mal die Rune aufheben und dann eben eventuell als nächstes dann vielleicht das hier machen. So, Cranky. Ähm, was machen wir bei ihm? Hier mit dem Sprung wieder irgendwas Lustiges? Ich könnte zum Beispiel das hier machen, dass er dann 60 Schaden mit dem Grießgraben Sprung machen kann. Das wär natürlich sehr viel wert, weil, den hab ich ja bisher immer liebend gern eingesetzt. Das ist einmal Lieblingsattacken hier im ganzen Spiel, äh, hier vom Donkey Kong Adventure. Weil er halt damit echt mega viel Schaden machen kann. Vor allem kann ich's ja in den meisten Fällen schaffen, dass er gleich da doppelt angreifen darf. Eben durch den Wurf von DK und dann nochmal selber. Deswegen kann er dann damit halt auf die Gegner in der Reichweite dann gleich 120 Schaden machen, wenn ich dann das hier skille. Und damit kann er dann die schwächeren Gegner schon einfach instant besiegen, alleine durch den Grießgraben Schaden oder Grießgraben Sprung. Deswegen, das wäre einiges wert, wie ich finde. Ähm, aber auch sowas hier zum Beispiel doppelt zu machen mit dem Blick ist auch immer nicht so schlecht und Laufen ist natürlich auch ganz gut. Aber, wie gesagt, ich bin ein riesengroßer Fan von dieser Fähigkeit hier. Von ihm, die ist super cool. Ähm, wie ich finde, vor allem, weil er zusätzlich auch den Frost-Effekt hat. Das ist echt eine richtig starke Fähigkeit. Kombiniert mit Decay. Deswegen, ich werde dann, glaube ich, echt das hier machen. Dann macht er hier 60 Schaden. Dann eben, weil ich das immer doppelt oder meiste Zeit immer doppelt einsetze, dann eben meistens gleich 120 Schaden in einer Runde allein durch Bewegung. Das ist schon echt heftig. Okay. Und, ja, Waffen lasse ich, glaube ich, auch erstmal. Aber wir haben ja jetzt dann hier vielleicht wieder einen Zwischenboss. Also, es wirkt zumindest irgendwie so, weil das wieder ein besonderes Banner hier ist. Und da wird es ja danach dann eventuell wieder auch komplett neue und auch wieder etwas stärkere Waffen geben. Deswegen kann ich mal meine aktuellen Bananen da noch aufheben. Okay. Aber ich würde dann eben erst mal sagen, Leute, das war es dann hier für diesen Part von Let's Play Mario plus Rabbids Kingdom Battle hier beim Donkey Kong Adventure. Beim nächsten Mal geht es dann hier direkt bei Kapitel 4 weiter, wo ich eben, wie gesagt, einen weiteren Zwischenboss vermuten würde. Auch wenn es jetzt halt dann ein bisschen die Regel bricht, da wir ja in der ersten Welt dann erst beim irgendwie sechsten oder siebten Kapitel dann den Bosskampf hatten. Aber vielleicht ist ja dann diese Welt hier ein bisschen kürzer als die erste, könnte man sagen. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sieht es, glaube ich, immer anders aus als Banner hier. Und das dürfte dann eben, glaube ich, nicht zumindest für einen Zwischenbosskampf sprennen. Vielleicht täusche ich mich auch und das ist irgendwas anderes wiederum. Keine Aussagen, keine Ahnung. Aber werden wir dann im nächsten Part schon noch alles wie immer genauer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde mich da noch sehr bei einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.